Der Rueckerhof ist einer von neun Betrieben, die von Bauer zu Bauer mitmachen. Ich bin heute vorbei gegangen, um zu schauen, was es dort alles zu entdecken gibt. Als erstes hat mir Andreas seinen neuen Stall mit dem modernen Melkrobot gezeigt. Dort gehen die Kühe selbstständig rein und werden gemulchen. Dann ist es weitergegangen, am grossen Pellethaufen vorbei, wo die Kinder dann drinnen spielen dürfen, direkt zu den Geissen und Hühnern. Dabei habe ich die Hühner und Geissen sogar gefüttert. Doch die haben nicht nur Lählwürmer und Körnchen. Leider ist wie beim Filmen ein kleines Missgeschick passiert. Darum gehen doch bitte am 17. September, wenn von Bauer zu Bauer ist, selber beim Rueckerhof und bei den anderen Achbetrieben vorbei, schauen, was es dort alles zu sehen und zu entdecken gibt. Wir freuen uns am 17. September heute auf dem Rueckerhof zu begrüßen.